Läum schießen? Oder schaffst du das? Ups, ich hab mich gerade geschossen! Wuhu, Ring! Ich kann nicht so erzählen, ich hab das noch nicht. Peng! Nein, 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 nein! Jetzt sind wir da! Cool! Jetzt bin ich wieder da! Ja, super! Ja, super! Wozu hat man denn eine Hacker-None bei sich? Stimmt's? Hier, ich hab doch den Schluss eingebrochen, das war unmöglich! Ja, du bist da! Nein, ich muss ich da schießen! Ja! Dafür gibt's 5, als besser gesagt Archive! Anti-Blitz! Ich? Ja? Bin ich? Ja! Billige Ausreden sind das! Ein Brecher! Ja! Was geht? Ausgehen! Schön, alle drei geklappt! Ey! Also, wenn das jetzt nicht geht, dann... Echt? Lustig! Hä? Nein, aber geht das nicht! Ernst? Und gut, kann ich schwirren! Keine Hacker! Du fandst das nicht! Das geht nur ohne Schild! Wenn jemand erschriert! Was denn? Ich dachte, dass du weg bist! Ha! Dieses Mal war ich Erster! Ja! Du fandst ja stolz drauf sein! Zum ersten Mal in meinem Leben! Warum bist du eigentlich hier? Du wolltest doch im Lager bleiben, Felix! Genau! Ich wurde ja von euch mitgezerrt! Wir wollen dich ja nicht! Die Frau ist ja ein Kontrollpunkt! Los! Bleibt die Wandern! Tutet sie alle! Oh, scheiße! Sorry, du warst! Den sollen brennen! Lass die mal gegen Häuser beleißen! Das ist vielleicht witzig! Wenn du die mit voller Puste gegen Häuser würdest, dann die lassen! Gegen Häuser werfen! Nicht mit Feuerbillen! Auf uns werfen! Fuck! Ui! Noch nicht weitergehen! Noch nicht weitergehen! Da müssen wir schon gegen diese unbekannten Wesen dort kämpfen! Die wir natürlich noch gar nicht mehr! Ja, ich bin ja alles weiß! Sie ist verschlossen! Süße Überraschung! Ey, die brennt! Ich, ey, Markus! Ich hab dich ja nur... Du sollst das Heidel ganz und dann zündest du ihn an! Ja! Unheimlich schau! Superheil! Superheil! Ich mein... Du geh mal! Wer möchte den fetten Hammer haben! Wer möchte den fetten Hammer haben? Wer möchte den fetten Hammer haben? Wer möchte den fetten Hammer haben? Jemand! Den nehm ich! Ich hab meine Krache mit der bin ich glücklich! Lass mich mal rein, bitte! Bitte noch keine Attacke machen! Bitte noch keine Attacke machen! Okay! Dann kann ich das gar nicht machen! Nett! Irgendjemand hat Brennblitze gemacht! Ja! Deswegen sollte ich noch keiner reingehen! Ich hab mal Baden getroffen! Wär das wohl! Ah! Man werde ich wohl sagen, dass ich noch reingehe! mit der Bedeutung hier! Unfair! Ganz unfair! Warte! Warum Brenny? Warum brannte ich? Ach so, Wiederbelebung. Ähm, Blitzleben, oder? Ja. Soll aber keiner machen, der nass ist. Halt! Nehm dich! Oh! Irgendwie ging das dem Einzelspieler besser, habe ich das Gefühl. Das ist doch mal mit deiner Flammenscheiße. Ja, ich habe gerade irgendwelche Tasten gesehen. Entschuldigung. Ja, das merkt man ja, dass ich gerade selber umbringe. Abschluss auf der Stelle sollte man mit dem Einzelspieler verwenden. Das ist ein Spiel, der dich selber umbringt. Also ein bisschen Fail ist das ja. Das ist ein Fail, das ist ein Fail, das ist ja. Achos. Uncool. Wir können ja später noch... Da schicken wir die Steine! Da schicken wir die Steine! Ja, ich, ich habe keinen Schuss gemacht. Das Schuss! Das Schuss kann man leider nicht abwarten. Das habe ich auch schon ausprobiert. Wollen wir weiter? Oh yeah! Hallo! Nein, nein! Nein, nein! Nein, ist der gut. Ja, der war cool. Die war doch. Der war schon cool. Komm! Nicht vor mir geh, nicht vor mir geh. Markus, du musst auch mal auf das schwächste Glied der Gruppe warten. Er hat Glied gesagt. Oh ja! Ein Waldroll endlich! Ach Mann! Wie ist das? Doch, ein Waldroll, ein Waldroll, ein Waldroll. Was ist das? Ah, ging ich schnell. Hamdan, ein Troll! Riggi, fröhnt ihn? Waldroll ist Hammer, ist das meine Frau? Nein, das war ein Waldroll. Das war... LOL, voll die fette Wunde. Meine... Eroderpa, Elki. Deine Jender, very scary. Ey, das ist ein toter Waldroll, Mann. Alter, ich war ein Toll auf das Gneisse. Ey, ich Waldrolle, ja. Wann mussten wir meine Sprüche klauen raus aus meinem Kopf? Kleine. Untersuchen wir den Elf. Als hätte ich das noch nicht getan. Das ist der König. Da oben sind Leute, die wollen uns angreifen. Das sind... ...keine Leute zum Drachen. Mach mal hier so ein Kronen, ja. ... ... ... ... oh loser bitte oh 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 ok alle 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 ich wollte doch mit ihnen spielen guck mal auf, ich hab ein Blutbad Halt, 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 Halt die Nachbarn haben wuuhu wo muss ich eigentlich hin wuuhu, richtig da ist ein Blutbad, Halt, Halt wuuhu 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 das muss jetzt nicht gehen ja wir müssen ja das ein bisschen unser Leben machen ah, oben da geht's auch ja, ich bin ja wuuhu ein Freundes wuuh wuuhu wuuh wuuhu wuuh keine Ahnung nix wie stück ist wie es aussieht lass mich was wieder heilen wuuh 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 ich habe grad das hier dann kam ein Schild wuuh 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 das war meine das war jetzt was ist das hier für ein komisches Ding ist das ja wie es nach dem Tempel kommt man hier nach das fett will ich haben Warte 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 sozusagen ich bin doch hier Lukas ist bei dir Markus auch nur noch so ein grüner Umriss äh er läuft grad vor mir ja ja ich meine es ist aber nur ein grüner Umriss ohne Lebensleistung für du und ich ganz normale Typen Ritt Umriss und dem so ist ja also bei dir macht der Kopf grad so das dich klar das greifen von der Pflicht nein 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 du bekommst du bekommst ich hätte du musst uns wieder wer ist es nicht alle gemacht und das kriegt nichts dazu die Gesteinrüstung keine Ahnung so, cool und jetzt? toll, machen wir jetzt so ne Arcade aus, Luca Oh nein, der nicht mal hier das würde schon etwas schwerer wären als eine Wild-Trump-Pistole Tja, ich hab ja meine Knarre drum lang gehen lol, das war zeitlich Prenz das ja, wenn's heißt, die Straße ist versperrt, Lucas alternative Wege hauptsächlich gelesen Oh nein, lass irgendwie bloß tun Keine Ahnung Kuscheln Ok, kuscheln wir mit euren Freunden Hup Kuscheln Hätte ich mal gerne mit Super Echt? Ey, jetzt hab ich die alle an Yo, echt mal, wer ist das? Markus? Was denn? Warum machst du Feuer? Kuscheln 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 Hätte ich nicht mal herankangen Ohne, ja? Und müsste kein Feuer mehr einfach so wild rum am dich herum machen, Markus Kann's auch wieder kommen Muss jetzt nicht beleidigt sein, weil wir so böse zu dir sind Kali Hey, ich hab doch noch gar nicht losgelassen Kali Kali Ich will den Stab von ihm haben Ich nicht Oh, mit Kilze, Kilze alle Oh mein Gott, ein Max Nichts gegen Sachsen Ich den lasten Ruf, ok? Ok Das war alles Nö Nein Und dann Nein Ich bin ja nicht gemacht Ich bin das nicht gemacht Wie gesagt, schon nicht gemacht Ha, ja, ja Okay Dann Ja. Ey, das war echt gut. Lol, war das was? Er hat auch gerade unseren Schritt weggemacht. Ey, war das wohl? Ey! Oh, und jemand macht Abstoß aufm Desk! Nein, zunicht! Ey, kann ich gerade nicht so gut machen. Ja, die sind so gut und so gut. Irgendwann, ich könnte mal wieder meine Magik nachgucken. Nein! Hast du? Rhetorien, Zunichtung, damit. Der macht das mal, tu nicht so! Der auch noch. Jetzt mache ich das. Nein! Hä? 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 Starb! Ich hab ihm Starb vorstanden. Ich hab ihm Starb vorstanden. Schaut, ich mach die da. Lass mich das erst in Ruhe nicht machen. Markus, mach mach immer! Wenn ich schon wieder! Mach immer so rüber nicht! Mach immer so rüber nicht! Mach immer so rüber nicht! Ich bin angeregt, ich bin ernst. Wir haben gerade das ideal gegeneinander bevor. Ich mach eigentlich was mit Feuer oder das was mit Feuer. Das war ich wieder nicht. Nein! Nein! Ich hab hier schlecht gebraucht! Kein Vergnügen. Das ist ein kleines Leben. Alter! Ich bin so gut wie tot. Wenn ich nicht mehr... Oh, oh, Lukas. Heißen, Alter. Mein Feuerwehr, heißen. Okay. Probier's. Das ist interessant zu erfahren. Ey, das war ja eben geil. Ne, ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, stimmt. Das ist so dämlich. Lukas nicht. Was denn? Lass uns, nachdem wir den hier erledigt, in die Höhle gehen. Da geht's nicht rein.